Musik Hier im Chirurgiegebäude der Innsbrucker Klinik befindet sich die Universitätsklinik für Nuklearmedizin und an dieser Klinik wird Radioaktivität für die medizinische Versorgung der Patienten eingesetzt. Ich freue mich heute mit Ihnen gemeinsam unser neues Radiochemie-Labor bzw. unseren neuen radiopharmazeutischen Laborbereich vorstellen zu dürfen und wie Sie sehen ist das sehr wunderbar gelungen mit Hilfe von einem großen finanziellen Aufwand der DILAG und auch der Universität Innsbruck. Die Radiochemie, das möchte ich sagen, bildet sozusagen den Grundstock der Nuklearmedizin. Hier werden neue Substanzen hergestellt, die dann zur Diagnose und zur Therapie vor allem bei unseren vielen onkologischen Tumorpatienten eingesetzt werden. In diesem neuen und hochmodernen radiopharmazeutischen Laborbereich werden die ganz speziellen radioaktiven Arzneimittel hergestellt. Die Herstellung radioaktiv markierter Verbindungen, sogenannte Radiopharmaka, steht am Beginn der Patientenversorgung durch die Nuklearmedizin. Dabei werden Radionuklide verwendet, die eine extrem kurze Halbwertszeit aufweisen, von einigen Tagen bis zu wenigen Minuten, was eine Herstellung vor Ort notwendig macht. Zu diesem Zweck wurde der neue radiopharmazeutische Laborbereich errichtet, wobei im Vordergrund der Strahlenschutz für das Personal als auch die Sicherheit des Patienten, damit die Qualität des verwendeten Radiopharmakons steht. Dies wurde erreicht durch spezielle Einrichtungen, wie ein spezielles aufwendiges Lüftungskonzept, eigene Monitoring-Systeme, Abschirmungen in den Wänden und in Einrichtungen, sowie spezielle Vorgaben für das Personal, wie es sich zu verhalten hat. Nach der Herstellung kommt eine Probe des Radiopharmakons in das Qualitätskontrolllabor. Hier wird bewertet, ob das Radiopharmakon gewisse vordefinierte Eigenschaften erfüllt. Zu diesen Eigenschaften zählen zum einen pharmazeutische Parameter, wie der pH-Wert und die Sterilität, aber auch spezifische radiopharmazeutische Parameter, wie die Radionuklididentität und die radiopharmazeutische Reinheit. Erst wenn die Qualität des Radiopharmakons sichergestellt ist, erfolgt die Freigabe durch die sachkundige Person und die weitere Verwendung am Patienten. In der Innsbrucker Uniklinik für Nuklearmedizin werden aber nicht nur bekannte Methoden verwendet. Es werden auch neue Substanzen für die Anwendung in der Nuklearmedizin entwickelt. Auch die Wirksamkeit dieser neuen Stoffe kann hier im Labor getestet werden. So wird zum Beispiel mittels Zellkulturen überprüft, ob sich eine radioaktiv markierte Substanz an die Krebszelle bindet, um diese sichtbar zu machen oder abtöten zu können. Die in der Nuklearmedizin verwenden Radiopharmaka bestehen aus Biomolekülen, die mit für die Diagnostik und Therapie notwendigen radioaktiven Isotope verknüpft werden. In dem Rheinraumbereich werden diese Biomoleküle mit dem entsprechenden Radio Isotope chemisch verknüpft. Für die Synthesen ein wesentlicher Aspekt ist der Strahlenschutz. Deshalb laufen diese Synthesen in fernbedienten Automaten ab, die in bleiabgeschirmten Isolatoren befindlich sind, den sogenannten heißen Zellen. Die hauptsächlichen Arbeitsprozesse sind dabei, das Einschleusen der Materialien und Reagenzien, dann das Vorbereiten des Synthesemoduls, anschließend wird die fernbediente Autosynthese durchgeführt und anschließend werden die Radiopharmaka ausgeschleusert. Wenn mit radioaktiven Stoffen gearbeitet wird, dann muss der Strahlenschutz einen besonderen Stellenwert einnehmen. Neben der Sicherheit der Patienten hat auch die Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität. Strenge Zugangskontrollen sind notwendig, damit nur speziell geschulte Mitarbeiter die sensiblen Bereiche betreten können. Bei der Herstellung im neuen Reinraumbereich werden sogenannte Biomoleküle mit Radionukliden chemisch verknüpft. Das spezielle Lüftungssystem sorgt dabei dafür, dass keine Keime in das Labor eindringen und dass keine Strahlung den Bereich verlassen kann. Diese Analysen für die Qualitätskontrolle müssen oft sehr schnell erfolgen. Dank modernster Geräte kann diese Qualitätsbestimmung innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden. Alle Patienten, die von diesen hochmodernen Behandlungsmethoden profitieren, werden hier in der nuklearmedizinischen Therapiestation untergebracht. Die Station ist im Jahr 2004 nach dem Prinzip von Architektur und Heilung neu errichtet worden. Jährlich werden etwa 1000 Patienten auf dieser Station aufgenommen. Seit 1999 darf ich hier nach Innsbruck in die Uniklinik fahren. Ich sage darf, weil jetzt weiß ich erst, dass ich darf und nicht muss. Ich habe 1999 wieder einen Herd gehabt auf der Leber. Und da hat mir mein Arzt in Linz empfohlen, nach Innsbruck zu fahren. Da gibt es eine Behandlung, die ist sehr schonend. Diese Behandlung hat dann fünf Jahre angehalten, bis wieder größere Herde aufgetreten sind. Das war 2005 und seit 2005, da habe ich wieder viermal die Therapie bekommen. Und seit 2005 bis 2011 war ich beschwerdefrei und mir ist es sehr gut gegangen. Bei der Untersuchung 2011 ist wieder ein kleiner Herd aufgetreten und das wird jetzt wieder behandelt. Und ich hoffe, dass ich wieder sehr gut anspreche. Und ich muss sagen, dass ich hereinfahren darf. Würde es diese Therapie nicht geben, wäre ich nicht mehr im Leben. Die Universitätsklinik für Nuklearmedizin ist für Österreich und weit über die Grenzen hinaus ein bekanntes Referenzzentrum für die nuklearmedizinische Therapie. Wenn ein Patient zu uns kommt, dann wird zuerst ausführlich mit ihm gesprochen. Unsere Spezialisten erklären, was auf ihn zukommt und welche Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Die typische Abklärung erfolgt dabei mittels PET-CT. Jährlich werden im PET-Zentrum rund 2500 PET-Untersuchungen durchgeführt. Wir sind bemüht, die Untersuchungen für unsere Patienten möglichst schonend zu gestalten. Während die radioaktiven Substanzen verabreicht werden, befinden sich die Patienten deshalb in einem Ruheraum. Die Innsbrucker Universitätsklinik für Nuklearmedizin ist für die Behandlung von Patienten mit sogenannten Neuroendokrinentumoren weltbekannt. Nachdem mittels PET-CT der Tumor nachgewiesen wurde, erfolgt die Berechnung der Dosis für die Behandlung. Wichtig ist dabei, genau Nutzen und Risiko für die gesunden Organe abzuwägen. Die PET-CD ist eine sehr moderne Untersuchungsmethode, mit deren Hilfe es gelingt, Tumordiagnostik auf modernstem Stand zu machen. Die PET-CD ist eine Kombinationsuntersuchung. Es ist einerseits die klassische, vielverwendete Computertomographie, andererseits die modernere Methode, die PET-Technologie. In der PET werden radioaktive Substanzen eingesetzt. Diese radioaktiven Substanzen reichern sich sehr, sehr zielgerichtet im Bereich von Tumorzellen, im Bereich von Tumoren und deren Metastasen an. Mithilfe dieser Information, der radioaktiven Substanz, gelingt es, Tumorzellen, Tumore, Metastasen, im Körper wie mit einem Leuchtstift in der Computertomographie zu markieren und zu erkennen und so für eine zielgerichtete Therapie zugänglich zu machen. Die Nuklearmedizin behandelt ihre Patienten mit radioaktiven Therapeutika. Diese radioaktiven Stoffe senden auch Gammastrahlung aus. Diese Gammastrahlung nützen wir zur Bildgebung. Über mehrere Tage wird der Patient aufgenommen und diese Bilder, aus denen können wir Kurven für die speichernden Organe und Tumore berechnen. Diese Kurven mit der farbrechten Aktivität ergeben mit einem sehr klugen Programm eine Dosis für diese Organe und Tumore, die wir dann in unsere Therapieplanung einbeziehen können. Unter Dosis versteht man nichts anderes als die Wirkung dieser Strahlenbelastung auf das Gewebe. Die therapeutische Dosis wird in mehreren Zyklen intravenös verabreicht. Der Patient wird dazu an der nuklearmedizinischen Therapiestation stationär aufgenommen, bis die Radioaktivität im Patienten unter die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze fällt. Wie schon bei der Herstellung hat auch hier bei der Verabreichung der Personenschutz für Patient und Personal höchste Priorität. Das bedeutet aufwendige Überwachung bis hin zum Abfallsystem. Strahlenschutz an einer nuklearmedizinischen Station ist ein Thema, das immer wieder wichtig ist. Die Patienten, die hier aufgenommen werden, bekommen eine relativ große Aktivität appliziert, um einen gewissen therapeutischen Effekt zu erzielen. Ausscheidungen des Patienten und alles, was sie berührt haben, ist natürlich potenziell kontaminiert mit radioaktiven Stoffen. Deswegen werden auch radioaktive Ausscheidungen in eigenen Abklingenlagen entsorgt, gesammelt. Dort klingen sie bis zu einer Grenze ab, wo sie aus inaktiver Abfall entsorgt werden können. Das ist eine relativ komplizierte Anlage, aber ist notwendig, um den Strahlenschutz auch außerhalb des Krankenhauses sicherzustellen. Auch der sonstige radioaktive Abfall, der hier anfällt, wird gesammelt und bis zu einer gewissen Abklingdauer oder für eine gewisse Abklingdauer gesammelt und dann wie inaktiver Abfall entsorgt. Auch der Strahlenschutz hier an der Nuklearmedizinstation ist so geplant, dass das Personal sicher arbeiten kann, dass es dosimetrisch überwacht wird. Und wie die Messergebnisse der letzten Jahre gezeigt haben, ist das offensichtlich ausreichend und gut dimensioniert worden, weil wir noch nie Überschreitungen gemessen haben in den letzten zehn Jahren hier an der Station. Am 14. November 2011 sind die neuen Räumlichkeiten der Innsbrucker Uniklinik für Nuklearmedizin feierlich eröffnet worden. Hochmoderne Ausstattung ist aber nur eine Seite. Es ist vor allem unseren hochqualifizierten Mitarbeitern zu verdanken, dass wir unseren Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die beste und sicherste Behandlung anbieten können. Mit unserem so wunderschönen Radiochemiebereich können wir alle radiochemischen Substanzen vor Ort in Innsbruck erzeugen. Das ist wirklich ein weiterer Schritt in eine moderne Nuklearmedizin. Wir können den Patienten beste Versorgung bieten und wie Sie gesehen haben, ist auch unser sicherheitstechnischer Bereich bestens ausgestattet, sodass die Patienten hier wirklich nach den höchsten Normen der modernen Medizin behandelt werden können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017